Heute habe ich das große Vergnügen, da mit den Muggels mit hinaufzufahren, zu der Familie Gerhatter, zum Fritz und zu der Gerwinte, auf die Planei, auf die Schladningerhütte, weil die haben dort oben heute ihren letzten Arbeitstag noch über 30 Jahren und da wird die Muggels auch immer, die, glaube ich, was ich weiß von dieser Fallinformation, ein kleines Abschieds-Stellchen und ablagt oder irgendwas überraschen, weil er weiß von dem Ganzen eigentlich nichts und jetzt habe ich den Peter da und ich darf mit ihnen da mitmachen. Ja, Karl, so ist es auch. Es ist ja auch unser Abschiedstag heute in der Region, muss ich sagen. Ja, ganz laut. Ja, es geht alles einmal zu Ende und auch Schladningerhütten ist natürlich auch, wie soll ich sagen, eine große Freundschaft entstanden und wir waren da jahrelang oben und wir haben im Jahr auf zwei, dreimal gespielt und ich glaube, das haben wir im schwierigen Fritz mit mir auffahren und vierte gesagt noch einmal, musikalisch vierte sagen. Ja, schauen wir einmal, wie es wird heute. Ich glaube, heute wird ein bisschen ein emotionaler Tag und ich freue mich aber trotzdem drauf und es wird auch ein schöner Abschied sein, ein schöner Abschied von der Schladningerhütten und ein schöner Abschied auch bei uns daheim am Feierbeherrigen im Anschluss. Aber jetzt fahren wir einmal auf die Schladningerhütten eben schon telefoniert und sie sind alle oben und ja, das wird, glaube ich, sehr lustig werden und ich freue mich richtig drauf. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020